Im Studio begrüße ich den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Morgen, Herr Wendt. Guten Morgen. Wenn man das hört und wenn man das so sieht, übers Wochenende verfolgt hat, kann ein bisschen mulmig werden, weil man natürlich die erste Frage, die einem anfällt, wer ist da möglicherweise noch ins Land gekommen, durch die etwas unkontrollierten Zustände, die es gegeben hat im vergangenen Jahr, der uns noch gefährlich werden könnte. Gibt es darüber Hochrechnungen? Gibt es da ungefähre Zahlen? Ja, das wäre prima. Wenn man das hochrechnen könnte, dann könnte man ja auch das Ausmaß der Bedrohung deutlich machen. Nein, das weiß man in der Tat nicht. Und deshalb stehen wir jetzt ja vor diesem Dilemma, dass man eben damals über eine große Zeit diesen Kontrollverlust hatte, der sich ja irgendwie noch nicht beendet hat, der ja noch nicht beendet ist, denn wir dürfen uns gar nichts vormachen. Die Menschen, die beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registriert werden, die sind ja nicht alle auch tatsächlich identifiziert. Wir müssen uns weitgehend auf ihre Angaben verlassen. Sie kommen mit gefälschten Pässen und wir wissen nichts über ihre Identität. Das kann ein durchaus sehr relevant, hoher Personenkreis sein. Das können einige Tausend sein. Nun fordern Unionspolitiker eine stärkere Durchleuchtung, auch im Nachhinein. Ist das sinnvoll? Das wird vor allen Dingen eine große logistische Herausforderung. Sinnvoll wäre es gewesen, im vergangenen Jahr schon dafür zu sorgen, dass schon bei der Einreise die Identität derjenigen, die einreisen wollen, zweifelsfrei festgestellt werden. Denn wir haben ja damals gesprochen, auch hier haben wir darüber gesprochen, sogenannte Transitzonen einzurichten, wo die Menschen, die nach Deutschland kommen, erst einmal bleiben müssen, bis ihre Identität feststellt. Das wäre richtig gewesen. Man hat sich aber politisch anders entschieden. Und jetzt hat die Polizei den Salat. Das heißt, jetzt müssen wir gemeinsam mit den Verfassungsschutzbehörden dafür sorgen, dass bei denjenigen, die im Land sind, wir genügend Hinweise bekommen, um die Verdächtigen herauszubekommen. Was weiß man eigentlich über den Sprengstoff, der gefunden wurde? Zumindest, dass das kein handelsüblicher Sprengstoff ist, den man irgendwo einfach stehen und mitnehmen kann, sondern der muss hergestellt werden. Dazu braucht man eine Ausbildung. Das deutet darauf hin, dass es sich hier um einen erfahrenen Terrorkämpfer handelt, der dort als Tatverdächtig ermittelt wurde. Wir haben gerade einen Aspekt angesprochen, nämlich diese nachträgliche, bessere Durchleuchtung derer, die hier ein neues Leben beginnen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Was darüber hinaus müsste noch geschehen, kann noch geschehen, um die Sicherheit auch weiter stabil zu halten? Das würde schon mal damit anfangen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verpflichtet wird, alle erkannten Passfälschungen der Polizei zu melden. Man muss sich einmal vorstellen, in was für einem Land wir leben. Da ist eine Bundesbehörde, die stellt tausende gefälschte Pässe fest und meldet das aber nicht der Polizei. Das halte ich für einen unfassbaren Zustand. Das heißt, Sie erkennen ja noch nicht mal alle Fälschungen. Aber die, die Sie erkennen, die müssen Sie mindestens der Polizei melden. Und zusätzlich müsste die Bundesregierung dafür sorgen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge viel enger an die Sicherheitsbehörden gekoppelt wird, damit die Informationen viel schneller fließen. Denn das darf nicht sein, dass hier Asyl gewährt wird, obwohl jemand mit gefälschtem Pass eingereist ist und die Polizei weiß gar nichts davon. Rainer Wendt, Dankeschön.